Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 16. März 1520. Heute, vor 500 Jahren, starb Martin Waldseemüller. Hören Sie über den Kartografen einen Beitrag von Andrea Westhoff. Mit eigenen Augen hat er nur wenig von der Welt gesehen. Martin Waldseemüller gehörte nicht zu den Seefahrern und Entdeckern und für größere Reisen fehlte dem Sohn eines Metzgers vermutlich das Geld. Dennoch prägte er Anfang des 16. Jahrhunderts als Kartograf das Bild von der Erde ganz entscheidend mit. Wobei diese Tätigkeitsbezeichnung nicht ganz korrekt ist, meint Wolfgang Krohm, Leiter der Kartenabteilung der Berliner Staatsbibliothek. Der Begriff Kartograf ist eigentlich erst eine Erfindung des 19. Jahrhunderts und Waldseemüller war ein typischer Kosmograf. Das heißt, das waren Menschen, die wollten die Welt beschreiben. Und zu der Beschreibung der Welt brauchten sie auch Karten, um das, was sie beschreiben, auch zu visualisieren. Und so hat sich Waldseemüller auch dran gemacht, Karten herzustellen. Und zwar weltbewegende, wie man heute weiß. Über Waldseemüllers Leben ist nur sehr wenig bekannt. Geboren irgendwann zwischen 1472 und 1575 in Wolfenweiler, schreibt er sich 1490 im nahegelegenen Freiburg im Breisgau als Student der Geografie und Mathematik ein und findet Anschluss an eine Gelehrtengruppe, die sich mit Kosmografie befasst. Er hatte den Kontakt zum Herzog von Lothringen, René II., und ist dann nach Saint-Dié in die Vogesen gekommen. Dort hat der Herzog ein kleines humanistisches Zentrum aufgebaut, eigentlich mitten im Wald, muss man schon fast sagen. Aber die Wissenschaftler haben sich ausgetauscht. Saint-Dié ist so etwas wie ein Mekka für Kartu oder Kosmografen. Denn der lothringische Herzog pflegt enge Kontakte zu den europäischen Seefahrernationen der Zeit und ist zum Beispiel im Besitz der Briefe und Reiseberichte des Florentinas Amerigo Vespucci, der nach Kolumbus die Ostküste Südamerikas erkundet hatte. So kommt es zu einer folgenreichen Zusammenarbeit Waldseemüllers mit dem Kosmografen Matthias Ringmann. Ein sehr intelligenter junger Mann, der ein Büchlein geschrieben hat über die Entdeckung des neuen Kontinentes, dass man diese neue Welt, die da entdeckt worden ist, benennen sollte, nachdem man auch begriffen hatte, es war eine neue Welt und nicht nur der Osten von Asien, wie Kolumbus immer gedacht hatte. Und da hat er den Vorschlag gemacht, wir haben Europa, Asia, Afrika, dann lasst uns doch diese neue Welt nach dem Entdecker Amerigo Vespucci Amerika benennen. 1507 wird der Ringmannsche Text zusammen mit zwei Weltkarten von Waldseemüller mit dem neuen Kontinentnamen gedruckt. Die eine Karte, bestehend aus zwölf rechteckigen Einzelstücken, misst insgesamt über drei Quadratmeter. Die andere ist eine sogenannte Segmentkarte, die zusammengesetzt einen Globus bildet. 1000 Exemplare sollen damals gedruckt worden sein. Offenbar ist Waldseemüller mit der Bezeichnung Amerika dann doch nicht zufrieden. Denn in einer weiteren Karte, 1513, trägt er wieder unbekanntes Land ein. Aber da war der Name schon in der Welt. Und so gilt seine Karte von 1507 heute als Geburtsurkunde der USA. Positioniert ist dieser Name in Südamerika, ungefähr im brasilianischen Kerngebiet. Von den Vereinigten Staaten von Amerika ist nur ein kleiner Zipfel von Florida zu sehen. Trotzdem beansprucht die USA diese Karte als Taufschein ihres Staates. Erst 2007, nach zähem diplomatischem Ringen, konnte die Kongressbibliothek in Washington das einzige erhaltene Original der Waldseemüller-Karte von einem privaten Besitzer erwerben. Für 10 Millionen US-Dollar. Der Kartograf selbst war lange Zeit offenbar völlig in Vergessenheit geraten. Dabei hat Waldseemüller ein wirklich großes Werk hinterlassen, betont Wolfgang Krohm. Er hat den Meerfarbdruck in Karten ausprobiert, dann hat er eben auch schöne Karten gemacht. Und vor allen Dingen, er hat auch verschiedene Formen, wie man die Erde als gesamtes kartografisches Bild abbilden könnte, vorgeschlagen, um eben auch Land- und Meerverteilungen gut darstellen zu können. Also er war wirklich ein faszinierender Mensch, ein Kosmograf seiner Zeit und hat mit seinem Werk Bleibendes geschaffen. Nicht nur mit dem Namen Amerika. Über das Lebensende Waldseemüllers weiß man fast so wenig wie über den Anfang. Bekannt ist nur, dass er bis zu seinem Tod am 16. März 1520 in der Gelehrtengemeinschaft in Saint-Dieu gelebt und geforscht hat. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020